Grüßchen Leute und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Attack of the B Team Und wir sind hier immer noch im Haus, ich hab jetzt Custom NPCs drin, auf Deutsch Wenn wir Brot haben, ähm, dafür brauchen wir ja Weizen Dann können wir uns den NPC Zauberstab machen Und wir hatten ja hier letztes Mal das Dach fertig gebaut Ach du Scheiße, der Sound ist ganz schön laut in den Kopfhörern Ähm, jetzt bin ich tatsächlich zum Title zurückgegangen Gut, ähm, gehen wir nochmal rein La 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 Stellen dann den Sound ein wenig leiser, damit ich mich auch selbst höre Und da haben wir ein Sön Zeppling bekommen Ein Sön Zeppling und das Lispel auch überhaupt nicht Ähm, vor allen Dingen, weil nicht ein Lispel-Wort ist So, wir haben ja noch Leitern, die wir hier runtersetzen können Aber ich würde ganz gerne hier noch Steine hinsetzen, bevor wir hier irgendwas hinsetzen Na los, geht er rein So, da haben wir Steine und ich würde auch gerne hinter den Leitern, die wir hier haben Steine setzen, damit das einfach schöner aussieht Und dann würde ich mal sagen, es gingen ja einige Bewerbungen rein Das freut mich auf jeden Fall Haben wir überhaupt noch Steine? Wir haben Cobblestone, ja Ähm, es ging eine Bewerbung rein Einige Bewerbungen rein Nicht nur eine Ähm, das freut mich auf jeden Fall Und dann würde ich sagen, wir können heute bereits Ähm, ja, ein wenig anfangen Es leckt gerade ein bisschen Äh, das tut mir leid Das liegt daran, dass ich im Hintergrund noch ein weiteres Minecraft laufen habe Ich glaube, das schließe ich aber jetzt auch gleich mal Okay Ähm, egal Hier müssen wir noch einen Stein hinsetzen Hinter den Leitern haben wir es jetzt auch ersetzt Und das heißt, wir können heute auf jeden Fall schon einmal anfangen mit dem Hotel So, jetzt, wenn das mal freundlicherweise aufhören könnte zu laggen Dann fände ich das ganz toll Ähm, was haben wir denn in den Videosettings? Haben wir hier irgendwas auf, ähm, Fancy? Ich mache das mal auf Decreased, auf Short, auf Advanced OpenGL, auf Off Ähm, so, das müsste jetzt eigentlich funktionieren So, was habe ich denn? Ich mache es mal auf easy Ein Steinschwert haben wir Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal Was ist das denn da hinten? Oh, da hat einer einen Zaubererhut Ich will mir auch einen, ich will mir einen Hut aufsetzen Nicht mit C, mit H Äh, ich habe noch gar keine Hats Schade Dann muss ich mir wohl die Kuh da hinten klauen Ach, andere Richtung Oh, das mit dem Gelege nervt gerade richtig Vielleicht liegt das auch am Texturenpaar Oh, wie süß ein Ocelot Wie kann ich den tamen mit Fleisch, ne? Oh, ich will mir Fleisch Dazu gehe ich rüber Los Das kann natürlich auch am Texturenpaket ganz einfach liegen, ne? So, schwimmen wir mal rüber Mache ich vielleicht gleich mal kurz das Texturenpaket aus Los, spring da rüber Los, hoch Und schwupps Und schwupps Und schwupps Schwupps Ey, wo ist denn diese dumme Kuh? Da ist die dumme Kuh Und dann kriegen wir Fleisch und Hüte gleichzeitig Und wir sind zur Kuh geworden Jawohl, wir sind endlich eine Kuh geworden Wie wunderschön Oh, noch ne Kuh Hallo, du dumme Kuh Äh, die hat keinen Hut auf Die will ich nicht töten Aber nur, weil sie keinen Hut auf hat Ähm Dann natürlich Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen Ach du Scheiße It's a mysterious wieder Oh, das ist so geil Hm, ja Und jetzt Haben wir noch hier drüben irgendwelche Kühe Hier ist ne Kuh ohne Hut Aber ich kann die trotzdem mal töten Da drüben haben wir noch ein Schaf Ähm Da Das kann ich auch einfach mal umbringen Was ist das hier denn? Strawberry Busch Okay Was ist denn das auf Deutsch überhaupt? Strawberry Weiß ich gar nicht Ähm Strohbeeren? Nein Erdbeeren, ne? Strawberry, glaube ich Ja, ich glaube das sind Erdbeeren Bin mir aber nicht so sicher Aber doch Eigentlich bin ich mir schon sicher Aber egal So, ich werde jetzt mal das Ähm Resource Pack kurz ausmachen Damit das hier mit dem Laggen aufhört Beziehungsweise Ich werde mir nachher Für den Stream Der läuft ja da nachher Werde ich mir dann auch Das andere Texturen Paket mal reinmachen Äh Ich werde mir das dann nochmal In 64 Pixeln holen Ich laufe tatsächlich In die falsche Richtung Weil ich doof bin Hallo Schaf Und ich hätte ganz gerne Oh, Tintensäcke Tintensäcke Oh, wie geil Jetzt bin ich so ein Squid Och schade Ich kann dann unter Wasser Hä, wie lol Ach und an der Luft Bin ich dann auch Oh, das ist ja geil Das ist ja geil Ich kann als Squid Unter Wasser schwimmen Oh, wie fett ist das denn Wie fett das einfach ist Aber ich kann dann auch An Land laufen Und hab dann halt da Luft Luftverlust Aber das ist richtig geil Äh Ich will ich selbst sein Bitte wieder Danke Die Animationen sind einfach Der Hammer So Ähm Jetzt gehen wir mal Wieder nach Hause zurück Äh Da hinten ist das Haus Ja, dürfte das Haus sein, ne? Ja Da hinten ist das Haus Ähm Und jetzt kann ich die Sichtweite Auch wieder hoch machen Mann, oh Mann Das ist aber ganz schön viel Was ich in dieser Folge einfach Was? Ach ja Jetzt hab ich einen rohen Tintenfisch im Inventar Das ist natürlich auch geil Da oben steht unser kleines Haus Haben wir denn noch Holz In der Truhe hier irgendwie? Nein, natürlich nicht Aber ich muss auf jeden Fall Was essen Das heißt Ich brate mir hier mal Was schönes Ähm Und Hab ich Seeds? Ich hab keine Seeds, ne? Ah Verdammt Dann muss ich mal ein bisschen Gras abhauen Aber erst mal Was essen Wenn ich hier nicht umfalle So Da hab ich wieder Seeds Und dann können wir uns hier ein Feld anlegen Jawohl Und dann kriegen wir Brot Das ist natürlich Optimum So Und ich freu mich auch Sagen zu dürfen Dass es mit dem Kanal Wieder aufwärts geht Es ging ja mal kurz bergab Aber jetzt geht es wieder steil bergauf Das freut mich sehr Ähm Ja Natürlich freut mich das Wen freu Wen würde das nicht freuen? Wär ja dumm Wenn es mich nicht freuen würde, ne? So Ähm Jetzt brauchen wir eine Ho Ho, ho, ho Bin der Weihnachtsmann Äh Jetzt ist das ganze Inventar voll Alles voll geschissen hier Dann bringe ich mir gleich eine Stein-Ho So Was? Warum geht die nicht? Achso Ja Das sind ja die Muss ja die nehmen So Jetzt geht die auch Und Würde ich mal sagen Hier machen wir uns das ganze Teil hin Einen Seed Ach wir haben gar nicht mehr Ich will aber mehr So 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 Und jetzt haben wir jede Menge Tee und Seeds Und ich würde ganz gerne Aus diesen Teeblättern Würde ich ganz gerne auch Teebraun Irgendwie wenn das geht Das heißt braun Brühen heißt das ja, ne? Nicht braun Was ist das? Schrapp 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 Schrappdi Schrapp Schrapp Oh dann brauchen wir auch noch Wasser Aber wir haben kein Eisen Verdammt Ich brauche Eisen Du willst mich doch bescheißen Also wir kriegen dauernd nur Wir kriegen keine normalen Seeds mehr Durch die Mods ist es viel schwerer geworden Jetzt normale Seeds zu bekommen Zwei normale Seeds haben wir jetzt Immerhin Ich baue hier auch nochmal Gras ab Und jede Menge Fahnen Ferne Ferne Fahns Ferne Egal Wir haben jedenfalls jede Menge Fahnenpflanzen gedöhnt Abgehauen Was war das jetzt? Das habe ich gar nicht bekommen Okay Dann gehe ich mal wieder hoch So Und dann würde ich hier ganz gerne Oh das ist mit dem Gesprinte nervt Ähm Dann können wir hier das Feld setzen Und wenn das endlich gewachsen ist Dann Würde ich mal sagen Geht es löst Mit Ähm Nicht Mo Creatures Sonnern Mit Ähm Ähm Custom NPCs So jetzt sind wir auch wieder satt Und zufrieden Ähm Dann würde ich mal sagen Wir richten hier so ein bisschen oben uns ein Ähm So Haben wir die Fenster vorhin schön Äh Schön gemacht Hier oben kommt dann so ein Toilettenzimmer rein Auch genannt Bad So Ein ganz kleines nur So Wo die Toilette so direkt am Fenster steht Das ist dann so eine Treppe Hier Und dann ist hier halt das Fenster Und dann setzt man sich auf die Toilette Und dann Macht man da sein Geschäft So Jetzt brauchen wir natürlich auch noch Holz So was doofes Ah alles voll Es gibt doch hier Diese schönen Sachen Ne Ja das ist doch gut Genau die gleichen sind da sortiert Das ist sehr schön Oh das ist ja toll Das ist echt gut Ähm So Wir brauchten Holz Holz haben wir noch hier drin Aber ich muss sowieso noch mal Holz holen So Dann hole ich hier mal Holz Und bevor es Nacht wird Muss ich mich echt darum kümmern Weil sonst haben wir ein kleines Problem Da haben wir Holz Hier haben wir noch mehr Holz Und wenn die Nacht vorbei ist Würde ich sagen Wir Legen mal mit dem Hotel los Das fände ich nämlich ganz cool Ähm So Jetzt haben wir Holz Jetzt können wir die Tür zu machen Kann man uns schon schlafen legen Wir können uns schon schlafen legen Wunderbar Schwupp Und da haben wir uns schlafen gelegt So Und Hallöchen Und herzlich willkommen Zurück hier auf dem Stream Äh ich muss gerade noch Den Chat rausholen Aus dem Stream Ich bin hier gerade noch In Attack of the B Team Die Server IP zum Server Auf den wir dann gemeinsam Zocken werden nachher Die rücke ich auch gleich raus Die oben in der Beschreibung Stimmt tatsächlich nicht mehr Doch die stimmt sogar noch Da könnt ihr auf jeden Fall drauf Ähm Und ich komme dann auch gleich nach Wenn es los geht Also ich bin hier gerade mal kurz auf Pause Gehe dann auf Twitchy Bitchy drauf Äh da sind wir Muss auch passen Dass ihr Sound auf leise haben Sonst wäre das scheiße Leise scheiße 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 leise Scheiße leise Scheiße leise So da habe ich den Sound auf leise Und ich bin auch schon auf live Wunderbar Pop out Da haben wir es Immer zulassen So und da habe ich den Sound auf leise Ich hätte auch schon draußen So Schreibt da einfach eure Wünsche rein Oder was ihr wollt Auch eure Bewerbungen Könnt ihr natürlich dahinter lassen Äh ich würde jetzt Auf jeden Fall sagen Ähm wir Nehmen jetzt noch Dieses Let's Play Für die nächsten Ja 10 Minuten auf Oder vielleicht sogar 15 Minuten Dann habe ich nämlich Die zwei Folgen Auf jeden Fall fertig Die ich für die nächsten Zwei Tage brauche Ähm Ja und dann Muss ich da nicht So viel Ähm Neu aufnehmen An den Tagen Immer So Ähm Es wird ja tatsächlich Auf Twitch dann aufgenommen Ich weiß noch nicht Ob ich mir das runterladen kann Ich hoffe es ja Das wäre genial Äh dann kann ich auf jeden Fall Rom hier schon mal schließen Und da sind wir wieder So Ähm Ja wir haben uns draußen Tatsächlich so ein kleines Feld angelegt Wir haben aber leider Kein Bone Meal Oder Nein wir haben natürlich Kein Bone Meal Wir haben gerade geschlafen Hier Ähm Und ich würde sagen Ich beende die Aufnahme Jetzt mal So Das war es für diese Folge Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn ja Lasst auf jeden Fall Einen Daumen nach oben da Und wenn ihr Neu auf unserem Kanal seid Und mehr solche Videos Sehen wollt Dann lasst auf jeden Fall Auch ein Abo da So Oben rechts geht es jetzt Zu den anderen Folgen In dieser Serie Und oben links Könnt ihr Nochmal das letzte Video Was wir gemacht haben Abchecken Wir sehen uns morgen wieder Bis denn Macht's gut